Das Aufstelldach im VanCity ist manuell hochfahrbar. Das funktioniert so, dass man einmal hier diese Schnallen öffnet, auf beiden Seiten. Links und rechts. Dann drückt man einfach nur hier an diesen beiden Stellen nach oben. Und durch die Hydraulik fettet das Dach ganz auf. Für zusätzliche Stillhöhe lässt sich das Bett auch nach oben klappen. Das funktioniert auch hydraulisch. So hat man tagsüber viel Platz, um sich hier auszubreiten. Wenn die ganze Dach dann aber noch schlafen, dann wird das Bett ein bisschen vermischt. Aber wir können nicht einschränken, und dann ist das Bett ein bisschen beingzieht. Dann ist das Bett ein Wetter. Das bringt ein bisschen, wenn man hier einen Bedeuteten ist, Und dann lymphätselneste. Küst dann ist das Bett, das wir weg übersehen. Die neue Zeit werden wir feststellen.